Und, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon X, D, mit dem Blut, und, Bugsfanny, D, LP, ohne LP. Wir befreihen jetzt, Klaxo. Das ist auch mal erledigt, wenn... Ja, fliehen! Oh, wie du siehst so begeisternd aus. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Ohna, da dauert das echt lange. Oh, tief. Der kann leider nicht mehr Sacklef, das N Ernst? Mach den einzelnen. weil es da nein als heilung also na ja wenn es besser ist hier wieso ja aber was ist wenn der gegner so hartstwitch prediktiert und so ein 8 und 4 dann triffst du auch ein 4 wenn das mal kommen würde jetzt langsam genug spieler lang auf online hyperstrahl Es ist leicht überlevelt und sogar für 05. 6 und 5. Das hilft. Ja, es ist dezent überlevelt. Was? Ja, wir möchten 6 noch. Was? Was ist das? André. Wann bin ich so nett? Ich glaube Dennis heisst ja auch nur Dennis. Ja, 1-2 Levels ist doch nicht gut. Ja. 56. Ganz grob, Bruder. Apropos. 1-2 TMs. 2 sogar. 2? Die Geistgruppe. Oh nein. Aber wer wäre zu stark? Wer wäre zu stark? Dann machen wir extra jetzt den echten Schweizer weg. Schweizer? Wir hätten hier den Eidigler glaube ich sogar weit brüllen können. Na. Und wir könnten natürlich... Was wir auch wollen. Wollen wir jetzt die Fassade weg? Wollen wir mit? Ja, Flo. So. Verstrahl ist noch. Falls wir einfach keinen Bock haben. Und weil wir die Animation sehen wollen. Kann ich jetzt. Rosi? Boah, boah. 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 Es soll uns nicht aufhalten. Erdbeben und so. Boah. 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 Ich fliege dich an. Weil ich habe mich schon ver... Na gut, ich weiß es auch so aus dem Kopf, aber... Von dort ist alles anders. Ja, da hat's nicht wirklich angefangen, aber was? Da kann man so sehen, wie man irrer fährt. Da sind nicht so miese Fehler. Geil. Geil. Das war auch irgendwie eklig. Da war ein bisschen mitten im Gesicht. Kein Spaß, ne? Na, gehen wir auf unser Draufschlagteam. Aber... Voll ist egal. Ich mein Schatz will dich. Mein Schatz... Ist das ein neue Song? Ich mein Schatz will dich mal... Musik aus, bitte! Drehen wir die Musik ein wenig. Sehen mal, was wir da haben. Ach, du bist es! Du nervtötendes Wesen! Wir haben uns, glaub ich, nur dreimal begegnet. Es ist nur dein Schuld. Das ist mein Krypto-Pokémon... Das meine Krypto... Das mein Krypto-Pokémon das letzte seiner Art ist. Ne, wir haben noch ein paar... Wir haben noch ein paar im Krypto-Pokémon. Aber das reicht dir noch nicht. Du hast meine Party ruiniert. Meine Party zu Ehren des legendären Team Queen. Oh... Darf ich beitreten? Heute, mein kleiner Teufel, ist der letzte Tag deiner... Rewelein. Nie wieder wirst du mir dazwischen funken. Oh, Team Team Queen wär geil. Die haben gute Musik. Und Musik, bitte! Das war ne Funkversion. Das war ne Funkversion. Dun, 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 dun... Lass! Vielleicht kannst du nur deine Prognose... Dann darfst du es... BAM! Egal was du willst! Jo, du gibst den E-Baller-Frage-Kantzen. Oh, Mowgli, geht auf Lappers? Ja, voll cool. Gegenweide mit Mowgli! Nein. Ach, und so. I don't believe in the Duke tonight. Oh, der wird hier. Und jetzt kannst du... Stam Blizzard. Ich glaube, wer ist... Unweiter. Ja, das ja. Aber es ist hartstärk. Wasser. Ich hab nur Wasser. Jesus. Komm. Es war schön, dass wir von Leuchten runtergehen. Nö. Kann ich mal. Jetzt mal alle den Aufzug bilden. Dann gehen wir jetzt mal von Leuchten raus. Jetzt sind wir halt so Leuchten. Ah, ey. Ich will ja nichts sagen. Oh. Dann. Okay. Tapptapp. Beide kippen. Oh, egal. 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 Schnell, ich weiß ja nicht. Oh, dass er so gut ist. Wenn es keine Pfandzen am Tag ist, aber... Oh, drei, Tappe. Mieh, komm. Wer noch mit drei überlebt. Mit drei! Gut. Ja, das ist ja nicht so gut, weil... Ja gut, wir hatten sie in meinem letzten Part komplett nur draußen, aber... ... haben sie schon. Ich hab das schon in der dritten Seite Ich werde das alles herunternehmen Meilen wir diesmal mit der dritten Seite Der dritten Seite ist alles Der dritten Seite ist alles Aber ich schüttelte raus Wir probieren uns jetzt ein bisschen schneller und ich denke du wirst es fallen Das ist der Schubbis. 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 Das ist mein Garderoor nicht. Warum mögen die mein Garderoor nicht? Ja, aber vielleicht auch... Das ist der Schubbis. Ja, das ist der Schubbis. Du gehst raus! Blau! Erlaubt ihr mich zu besauen. Vor allem stecken. Der ist sexist. Ja, das bleibt jetzt einfach stehen und sonst stirbt er in die Bande. Das ist der Schubbis. Das ist der Schubbis. Mein Gott, das sind physisch. Das ist der Schubbis. Das ist der Schubbis. Boi. Buh! Ich hab jetzt beide vergiftet. Geil. Guter Job, wo. Guter Job. Ich hab jetzt auch gebraucht. Ah, ne. Ich hab' den gegen jetzt. Doppelkampf nicht. Doppelkampf nicht. Doppelkampf nicht. withdraws. Doppelkampf nicht. Doppelkampf nicht. Vergebt ihn jetzt nicht. Wer hat das gedacht, rein weiteres Kaffee, hallo? Ich muss nur in Italien. Die Rappel-Lüte. Steht wie eine Frau in ihrem Geblatt. Der Rüttelt wird auf. In der nächsten Seite. Da ist er wieder weg. Oh, da ist er so. Gut, Rosi. Das tut mir da noch. Okay. Ich glaube, Rosi. Rosi! Was zum sagen? Wenn du ihn über die Reihen vorhören lässt du dich jetzt Was ist denn da? Warte, komm Ja, komm Warte, komm Warte, komm Warte, komm Kannst du den Gegner auch reinstellen? Also den Gegner, der jetzt nicht stirbt Kannst du den Gegner auch reinstellen? Ja Ja Soll ich jetzt ein Schrapp Das ist ein Schrapp Warte, ich habe einen Schrapp Aber es ist ein Schrapp Warte, ich habe eine Schrapp Ich habe einen Schrapp Ich habe einen Schrapp Ja, du solltest Rosi erst mal machen. Das Problem ist, dass ich es dir einfache. Deswegen auch heiße. Wenn nicht, dann... Ja, es geht einfach nur darum, dass andere Kampferlösser sind. Woa, check, check, check. Ihr seid bitte nicht beide auf Dennis geht an. Ihr seid beide auf Dennis geht an. Das verarscht euch doch. Ja, du könntest das jetzt... Nee, komm, jetzt geht's einfach. Aber wir müssen, also komm mal. Na komm, wir fachst alle im Tor. Bäh! Jetzt wird sich alle im Tor. Und da ist der Tanz vorbei. Zeitlimit. Ja, und du kommst leider nicht im E-Call. Wir haben leider kein Foto für dich Kampferlöss. Mein Kampferlösser! Der hätte damit losgerechnet bei den Credits. Ich bin da, das ist ein Foto von der Ehe. Der hätte damit losgerechnet sogar bei den Credits. Ich bin hier im Tor. Ich bin jetzt wieder im Tor. Nein. Ich bin jetzt wieder im Tor. Piper! Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ich bin chill Ich hab mir gar nicht geplant, ich bin schon geplant Aber und Logos waren sie im Fünfzehn Deswegen waren sie eigentlichen Ich hab ein richtiges Level-Kack-Konurru zu gehen. Aber wir müssen ja noch Bindu-Reichu holen. Im Gegensatz zu dir lass ich mich alle meine Pumpe holen. Gegen einen Pikachu-Trainer! Wollte ich dann sagen. Gegen einen Pikachu-Trainer. Außerdem hat meiner auch Reichu. Und ein behindertes Pikachu. Das ist ein Kreis mit Eisen. Jetzt auf drei Moran. Also, das sollte ich noch sagen. What is learn? Weil du drei Moran auf 55? Keine Ahnung. Wo ist es im Vergangenen mit 12? 12! Ich bin schon wieder da oder wo? Ah, ist deine Worte da draußen? Nein! Vielleicht wird ihn jetzt schon paralysiert durch ihren Redaxe. Aber er wird direkt drinnen. Nein! Nein, nein! Lass dich! Lass dich! Lass dich! Ich bin gestartet für Dick! lokalne... Das wird gut. Ich weiß es nicht! Hast du es nun eigentlich wieder geklärt? Da kommen wir dran dran Ich bin zurchtbar, dass es nicht nachkommen ist Oder aus, dass du nur einen Ball werfen kannst Bin, bin ich zu dem Wow, ich was zu sehen Die anderen hier sind, stehen zu müssen Ich hab ihn hier noch nicht geschützt... Das war das K rageig ist Bitt tot! Bitt tot. Hier ist es klappt. Acht. Ey, seid aufgehört zu reden. Ich hab mich ja mal nie mehr so gehalten. Wir machen noch Top-Belieber. So, wir fangen über den Top-Belieber. Was würde denn eigentlich über den Feindlein kommen? Bums reinzinkt bei Tails. Denk ich nicht in Tails. So, Blizzard. Was würde denn eigentlich... Was überlegen? Hm, andere. Habe ich doch gerade gesagt? Komm wieder raus! Komm wieder raus! Oh, ich bin aufzupennen! Obwohl es in der Nutzung ist. Aber relax. Das hat die Sonne getan. Klasse! Oh no! Wir haben uns rüberlassen hier. Nur zu außen. Wir haben da eh nichts zu verlieren. Das ist Pokerwelle. Wir haben da nicht. Was ist die? Das ist so cool. Wir haben da ja schon wieder neu. Das ist so cool. Wird schon wieder älter. 3 andere Puppen 3 andere Puppen 3 3? Die hatten immer Level 50 3 3 3 3 3 4 5 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 Vorhang bitte ich muss gehen 5 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 6 5 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 6